Rechtes Mühen ist das sechste Glied, ist die anhaltende Bemühung, unheilsame Zustände zu entfernen, die die Konzentration beeinträchtigen, wie etwa Sinneslust, Ärger, Dumpfheit, Aufregung und Verwirrung. Die entsprechenden positiven Bemühungen sind, sich um die heilsamen Eigenschaften zu bemühen, die zu geistiger Klarheit und Fassung beitragen, wie etwa Wachheit, Energie, Freude, innere Ruhe und Gleichmut. Wahrscheinlich haben Sie bereits bemerkt, dass es auch bei aller Erkenntnis und Sinnhaftigkeit, die hinter den Worten Buddhas stecken, nicht immer leicht ist, auf dem rechten Weg zu bleiben. Statt ruhig und gelassen zu bleiben, ärgern wir uns vielleicht schon den ganzen Tag maßlos über eine Entscheidung unseres Chefs. Statt unserem Kind beim Frühstück liebevoll und aufmerksam zuzuhören, sind wir kurz davor, vor lauter Ungeduld aus der Haut zu fahren, weil wir schließlich rechtzeitig zur Arbeit aufbrechen müssen und so viel anderes im Kopf haben. Doch vielleicht bemerken Sie bereits, seit Sie die Übungen des Hörbuchs machen, dass sie gerade nicht sehr heilsam reden und handeln. Und das ist schon ein großer Fahrtschritt. Wir können lernen, geschickt mit störenden Gefühlen umzugehen, indem wir, erstens, uns grundsätzlich bemühen, uns so gut wie möglich davor zu schützen, in unheilsame Zustände wie Wut, Angst oder Verlangen zu kommen. Zweitens, die Situation nicht weiter eskalieren lassen, wenn wir bereits wütend, ängstlich oder gierig sind, sondern uns bemühen, uns immer wieder zu beruhigen. Drittens, in uns Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, Weisheit, Geduld, Offenheit sowie Großzügigkeit zu entwickeln und sie als Gegenmittel anzuwenden. Wenn wir zornig oder ängstlich sind, ist dies darauf zurückzuführen, dass uns gerade Stresshormone durchfluten. Diese Hormone verändern die Wahrnehmung sowie das Denken und lassen Situationen bedrohlicher erscheinen, als sie tatsächlich sind. Gleichzeitig veranlassen Stresshormone in uns eine natürliche Angriffs- oder Fluchtaktivität. Wenn die Hormone wieder abgebaut sind, sieht alles meist wieder freundlicher aus. Rechtes Bemühen Der Begriff Samyak Pradhana wird manchmal als rechte Anstrengung übersetzt. Doch ich ziehe das Wort Bemühen vor, denn eine Anstrengung kann uns ermüden. Bemühen Sie sich aber um etwas, muss das nicht ermüdend sein. Auch in Achtsamkeit müssen Sie sich nicht intensiv und auf anstrengende Weise üben. Praktizieren Sie Achtsamkeit einfach regelmäßig und sorgfältig. Es gibt Menschen, die sich für ein paar Wochen sehr intensiv in etwas üben und es danach ganz aufgeben. Und es gibt solche, die zwar nicht intensiv praktizieren, dafür aber regelmäßig und mit Beständigkeit. Werden Sie von jemandem gefragt, warum Sie sich in Meditation oder achtsamer Bewusstheit üben, könnte eine gute Antwort sein, weil es mir gefällt oder weil ich mich daran erfreue. Wenn Sie die Praxis nicht genießen, wird sie anstrengend. Und das ermüdet Sie und am Ende geben Sie die Praxis ganz auf. Weil es mir gefällt, ist überhaupt die beste Motivation. Warum machen Sie Gehmeditation? Weil sie mir gefällt. Warum essen Sie vegetarisch? Weil mir das gefällt. Das, was Sie mögen, werden Sie auch weiterhin tun. Rechtes Bemühen führt zu Wohlbefinden. Nach seiner Erleuchtung hat der Buddha weiterhin praktiziert. Der Buddha war bereits ein Buddha. Warum also musste er weiterhin achtsames Gehen praktizieren? Weil es ihm gefiel. Falsches Bemühen Einige von uns sind sehr bemüht und eifrig, doch ihr Bemühen ist ein falsches Bemühen. Und das kann sehr leidbringend sein. So sind wir oftmals Gefangene unserer Arbeit und kümmern uns nicht um uns selbst oder unsere Lieben. Wir arbeiten sehr hart und strengen uns sehr an, doch das macht uns nicht glücklich. Viele von uns sind sehr umtriebig und durch ihr falsches Bemühen sehr gestresst. Statt uns von unserem Bemühen mehr in Richtung Einsicht bewegen zu lassen, jagen wir voller Eifer Geld, Macht oder Vergnügungen nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017